Das war das in Blaukaufel, in Weiß, in Gelb und in Rot. Und was ist das für ein Auto? Ein Pass. Ist das schnell? Ja. Wie schnell? So schnell. So. So schnell. Und was kostet das Auto? 5,23 Euro. Wie viel? Nochmal bitte, wie viel? 5,23 Euro. 523 Euro. Ist aber sehr günstig. Jetzt hat man wie nach 10 Minuten stehen bleibt. Ein Rennauto. Ist das ein Rennauto? Ja. Das kannst du schnell machen. Das ist ein Kummermeter. Ja. Da ist eine Semi. Da ist eine Zeit, um direkt zu gucken, wo das Auto genau fährt. Und was kann man hier machen? Und da kann man nichts machen. Da kann man nur Ladung drauf machen. Ach so. Ach so. Ah ja. Und da ist alles drin. Da ist alles rein. Da könnt ihr gucken, wie es auch genau läuft. Und wie es bleibt. Und wie es bleibt. Und wie das so. Und den auch steht oben. Da steht Martini-Porsche drauf. Gehört das zu der Garage hier? Ja. Da. Wem gehört die Garage? Wem gehört die Garage? Papa. Papa. Ach so. Und da ist es drauf. Und wem gehört sie später mal, die Garage? Ähm. Der Marius. Wen? Der Marius. Wer ist das? Das ist der Marius. Und dann kann ich so machen. Ach so. Wenn man eine Pause macht, dann kann man sich da hinsetzen und so ausruhen. Ja? Ist aber sehr praktisch. Und dann kann man so gucken. Toll. Dann kaufe ich das Auto. Aber die können das auch nicht verkaufen. Die müssen hier bleiben. Was? Okay. Dann verkaufen sie das. Welches Auto kann ich dann kaufen, wenn nicht das? Doch, doch. Du kannst es kaufen. Okay. Aber die müssen gucken, wie das Auto genau fährt. Das hat ein kleines Loch, so den Götter zu. Und das hat ein kleineres Messer da? Das